Also jetzt wird es mal interessant. Noch zwei, zwei muss ich holen, dann haben wir es. Nein, was ist mit dem passiert? Haha. Nein, nein, nein. So, einen haben wir hier wieder. Easy going, easy going. Oh my God, ich bin bei euch. Oh my God, nein, nein, nein. Noch einer. Nein. Erste. Was geht denn, meine Freunde? Hier ist heute wieder euer Gesamt desu. Mal wieder mit Inisa. Desu. Und ihr werdet euch auf jeden Fall auf dieses Video freuen, denn das wird auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, interessant. Sie weiß noch nicht genau, was wir machen, aber ich erkläre es mal ganz kurz. Und zwar werden wir beide Fortnite spielen. Und zwar für jeden Kill, den ich bei Fortnite mache, muss sie ein Kleidungsstück aussehen. Das hört sich auf jeden Fall super an. Ist schon mit Baumwärts. Wir nehmen es schon auf. Du kannst jetzt nicht zurück. Äh, du bist auf jeden Fall. Was ist das? Kleidungsstück. 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 Das war's der YMG. Eine Ewigkeit später. I'm back! Ernsthaft? 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 I can't really move my arms, because... Du hast sogar eine Lederjacke über den ganzen Scheiß. Ernsthaft? Was ist das hier überhaupt? Das ist von Weihnachten. Ernsthaft? Du hast gesagt eine, ein Klebeschick. Das ist nicht eins. Das ist eins für mich. Fortnite wird gespielt für jeden Kind, den ich mache. Eine Sache ausziehen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf... Du hast deinen Bademantel? Ich habe viel, viel unter das hier. Zehn Stück oder so müsst ihr hinhauen. Ich darf dreimal sterben, über drei Runden wird gezählt. Okay, dann würde ich mal sagen, lass gar nicht jetzt so lange lahm und einfach mal geht's los. Ja bitte, jetzt sag ich heiß. Du kannst ja schon mal was ausziehen. Ah! Leute, bevor das Video anfängt, eine Special Nachricht an euch. Und zwar habe ich jetzt endlich einen Gaming Channel. Tatsächlich, also wird auf jeden Fall ein Teil davon. Abonniert in den Link von hier unten in der Beschreibung. Da spiele ich gerade ein bisschen Fortnite. Werde aber auch andere Spiele spielen. Falls ihr euch für Fortnite interessiert, habe ich nochmal ein Special Special. Und zwar kann einer von euch da draußen 10.000 V-Bucks gewinnen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, klickt den Link in der Beschreibung. Checkt mein neues Video auf, mein Gaming Channel. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert und ganz wichtig, klickt auf die Glocke. Dann wird einer von euch der glückliche Gewinner von 10.000 V-Bucks. Aber an sich ist es auch ein geiler Channel. Wir werden sehr viel Spaß haben. Also, checkt auf jeden Fall meinen neuen Gaming Channel. Wenn ihr aber jetzt auch gar nicht so lange labern, ab ins Video. Peace! Okay Leute, also wir landen hier auf jeden Fall tilted. Tun uns direkt mal hier eine Knade. Nein, nein, nein. Okay, eher schneller als ich. Ich gehe mal direkt weiter. Wir sind auf jeden Fall schon Leute, die waren am Start. Guck mal hier. Nein! Lauf! Oh shit, er läuft. Pampi. Warte, warte, kann ich es nicht sehen? Warte, das zählt nicht. Wenn ich jetzt sterbe wegen dir, dann zählt das nicht. Pass auf. Also, bist du bereit für deine erste Kleidung, Nisa? Bist du bereit? Hallo? Ja, ich bin bereit. Pass auf, ich habe die Pampi am Start. Bitte, ich bin heiß. Kill etwas, oder? Also, wirklich. Also, meine kleine YMGs. I'm thinking. Really thinking. Einen haben wir schon mal. Also, kannst du auch direkt... Geht los! Geht los! Oh ja, diese Jacke! Oh my god, ich schmutz mehr! Also, einen hast du? Okay, das fängt an. Gut, nice. Ich habe mich selbst gefickt. Ich weiß nicht. Dinger, wo ist das? Nein! Nein! Wie kann das? Wie hat er mich denn gerade aufgehauen? Das krasse ist, dass ich schon warm bin, ne? Also, ich will gar nicht wissen, wie warm du ganz wirklich bist. Ja, ich will nicht nackig bin. Machen wir, machen wir. Wir müssen den Leuten ein bisschen was bieten hier. Ja, aber du hast noch zwei Runde. Ich habe zwei Runde. Wir machen zwischendurch einmal Stinklischung. Wenn ich gewinne, musst du einen absetzen. Wenn du gewinnst, dann muss ich das aufsetzen, okay? Stinklisch! Was für Stinklisch hast du Lust, ne? Stinklisch! Stinklisch! Verstehe ich nicht! Stinklisch! 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 Ich bin überfordert. Das ist deine. Du hast verliert in diese. Das? Oh Mann! Mann! Okay, okay. Das ist auf jeden Fall warm. Aber ich habe es im Gefühl. Ich habe es in der Blase. In der Blase! In der Blase! In der Blase! Ja! Ah! Ist zu warm, ne? Das geht bisschen. Ja, ja. Das geht auch schön. Auf jeden Fall ready. Oh, bist du weiter in der Waschmaschine? Vielleicht willst du unsere Wasche. Ah, sieht jetzt schon besser aus? Ja. Sterb! Sterb! Kill him! Ja! Misty! Misty! Was machst du? Du musst auf jeden Fall eine ausziehen. Nice! Komm! Einer geht wieder weg. Nice! Das sieht schon mal gut aus hier. Gibt es hier keine Waffen mehr? Oh Mann! Was ist das? Was machst du da? Hast du eins ausgezogen? Nice! Wir kommen in der Sache. Auf jeden Fall näher, Leute. Es wird interessant hier. Bitte. Kill him! Was ist das? Oh! Zweitertot! Ach so! Sorry, girl! Nächste, komm! Eine muss wieder runter. Eine muss wieder runter. Ich habe nichts unterbrechen. Mich? Geil! Das wollen wir sehen. Das sieht gut aus. Das sieht super aus. So, nehmen wir das nochmal mit. Ich kann nämlich nicht so viel sehen gerade bei Dings. Das hier ist nicht fair. Ich habe so viele. Wie? Eine Jacke das und zwei diese. Nein! 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 Das war richtig doof für mich. Ich habe mich aufgepasst. Also wirklich, ich bin so fucking glücklich. Ich bin so glücklich. Ich habe nur das! Mann! Ich bin so glücklich. Okay, Leute. Ich habe noch eins. Zwei Sachen. Zwei Kids muss ich machen. Dann haben wir auf jeden Fall... Anzuschauen! Nein! Dann haben wir ja gut was anzuschauen, sag ich mal. Komm, Leute. Komm mit mir tanzen. Komm mit mir tanzen. Komm zu mir. Tanz mit mir. Das sind meine Jungs. Weißt du? Ich kenn die. Das sind meine Jungs. Siehst du? Das ist der eine. Das ist Ari. Der Ari. Das ist der... Not for real. Der Putty. Das ist der... Not for real. Who is dancing? Why do they dance? Was sind meine Jungs? Weißt du? Not for real. How does this work? Why does everybody dance? Weil ich habe angefangen zu tanzen. Tanzt mit mir. So, Leute. Letzte Runde. Ich muss zwei mindestens machen. Tilted. Easy going. Dann haben wir auf jeden Fall. Haben wir es geschafft. Yes! Yes! Nein! Du stirbst jetzt! Entschuldigung. Alles gut. Hier muss ein bisschen Stress. Auf. Du hast ein bisschen Stress. Dann merkst du. Okay. Das ist doch gar nicht so. Lass mich an Ruhe, Digga. Ich habe auf jeden Fall die letzten zwei Runden nicht so geil gespielt. Lass mich an Ruhe. Aber du hast immer diese zwei, drei Kills. Und davor habe ich Stress jetzt. Ja, aber ich bin da. Ich passe nicht auf. Weil ich halbe Kamera aus. Ich habe gedenkt. Nein, er ist nicht. Wo sind die ganzen Leute? Ah. Weg. Ja gut. Dann kann ich auch entspannt. Nein, du kannst nicht etwas entspannt. Bitte, bitte. Ah, nur eine Falle, Digga. Shit. Muss ich kurz hier runter basteln. Habe hier direkt eine Truhe eigentlich. Oh, das war Licht. Schade. Oh Mann. So ein Pumpy habe ich am Start. Easy. Pumpy. War alles eine nice Truhe. Schlürfsaft. Perfekt. Nichts Leute, ich höre nichts. Weißt du? Ich spiele eigentlich immer mit Sound. Aber ich kann gerade nichts hören. Schlürfsaft gibt mir ein bisschen mehr Schutz. Shit. Also jetzt wird es mal interessant. Noch zwei. Zwei muss ich holen. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Nein, was ist mit dem passiert? Haha. Nein, nein, nein. So, einen haben wir hier wieder. Easy going, easy going. Oh mein Gott, ich bin bei euch. Ich habe es. Oh mein Gott, nein. Noch einer. Nein. Zweiten haben wir direkt. Also ich würde sagen, zwei ausziehen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn wir noch einen dritten holen. Das wäre natürlich nice. Dann haben wir das auf jeden Fall hier schon mal noch weiter als wir es dachten. Also ich mache das nicht. Wo sind deine ein, zwei Stückchen hier? Ich mache das nicht. Du musst. Spiel ist Spiel. Du hast das erste. Du bist so. Eww, du Arsch. Ich bin auf jeden Fall noch in der Zone. Leute, ich bin abgelenkt wegen ihr. Weißt du, wenn ich jetzt sterbe, dann... Wo sind die Leute? Du bist abgelenkt? Klar. Du lenkst mich mega ab. Hallo? Nette Dame. Ich habe eine bessere Idee. Was machst du? Das sind deine Pannies, babe. Ich bin kein Problem. Wie machst du deine Pannies? Warum machst du deine Pannies? Du ziehst du dir die Pannies? Was machst du? Das kräft. Das kräft. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Wie heißt es? Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ey Leute, sie hat... Pen... Das zählt nicht. Ich bin, ich beurte. Okay, unterbüttung. aus gezogen über und durch ihre hose keine ahnung wie es gerade hinbekommen hat ich kann nichts sehen hier scheiße das leute das kann mir eigentlich gelten lassen wir wollten das hier weg sehen leute ja dann einfach okay ich hole mir noch einen kill und dann dann müsste das auch sein doch das wollen wir noch sehen das wollen wir noch sehen hier guck mal warte mal nein also ein bisschen als zwar ein bisschen amateur weil ich gerade echt abgelenkt war durch dich das das kann man eigentlich nicht gelten lassen weil okay unterbüchs zählt als kleidungsstück aber du hast nicht gedacht das habe durch nicht mitgerechnet aber lass es mal so machen dass let's do like this bei 30.000 likes machen wir es noch mal dann hole ich aber auch mehr kills und dann achte ich nicht auf sie packt die kamera auch so dass ich meine waffen unten sehe dann ja dann easy going danach kann ich auf jeden fall komplett raus holen alles und ich würde sagen leute wir sehen uns beim nächsten mal checkt auch in dieser link in die beschreibung und wir sehen uns zum nächsten mal junges heimless you peace